Da sagt er eben zu mir, ich soll, falls jemand fragt, falls jemand fragt, warum er bei mir war, dann soll ich sagen, wegen meiner Schulden bei ihm, weil er kriegt ja von mir 130 Euro. Was soll ich denn sagen? Geil, was glaubt er denn? Dass das jemand interessiert, ob ich bei ihm Schulden habe? Seine Chefin vielleicht? Ja? Nö. Interessiert die nicht. Geil. Okay, jetzt ist die Musik hier wieder ausgegangen. Ich finde das unmöglich, diese Einstellung hier im Internet. Eben war sie an, dann wieder aus. Okay, liegt noch bei mir der Fehler. Warum? Naja, ich habe das noch nicht richtig eingestellt. Das dauert aber auch nicht mehr lange, dann kann ich auf Dittl. Das ist immer das Beste, wenn man es selber macht. Ja, das ist so geil. So, ich schwinge mich jetzt demnächst auf mein Fahrrad und ab nach Reinickendorf. Ich freue mich schon. Okay, ich muss mir natürlich erst noch mal die Route aufschreiben und dann kann ich losfahren. Ja, weil ich muss ja schließlich wissen, wie ich da fahren muss. Ja, habe ich ja schon abgespeichert. Ich brauche es bloß abschreiben und dann geht es. Okay, ich wünsche euch einen schönen Tag noch, Alter. Ja, denkt immer dran, was ich sage, zum Beispiel sage ich, das ist wahr. Also jetzt nicht alle, aber zumindest ist zum Beispiel Dittl, ist wahr. Wer gute Laude haben will, der muss dafür selber sorgen. Ja, wenn man das nicht macht, also sorgen können. Ja, wenn man das nicht kann. Ja, da hilft demnächst auch keinerlei. Ja. Ja, das ist ein langer, 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 langer Weg, ja. Ich bin die Neang, ja, und Gott sei Dank, seit, ich weiß nicht, das ist jetzt über eine Woche her, glaube ich, habe ich meinen Frieden zurück, ja. Und seit ich dem habe, ähm, schön. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich noch lebe, ja. Ja. Okay, aber solange ich weiterlebe, äh, mache ich halt weiter, ja. Warum soll ich da irgendwas ändern, ähm, mir fällt das Leben. Das ist echt nicht geil, ja, sehr spannend, wie immer, ja, bei mir. Ich finde das gut, ja, ich will es ja nicht anders haben. Also, nicht, ich will auch nicht, dass irgendjemand, äh, auf mein, äh, an meinen Grab kommt. Das wird das nämlich nicht geben. So etwas wie ein Grab wird es auch gar nicht geben. Dafür werde ich schon sorgen, ja. Ja, äh, da habe ich ja noch ein bisschen Zeit, hoffe ich, ja. Also, wir werden sehen, ne. Ähm, ja. Da habe ich noch Zeit, weil ich bringe mich ja nicht um, ja. Und gesund bin ich auch. Also, warum sollte ich jetzt, äh, von heute auf morgen sterben, ja. Äh, glaube ich eben nicht, ja. Äh, äh, mir, was mich so umtreibt, ist die, die, die Obdachlosigkeit. Das nervt natürlich, ne. Ja, ein bisschen die Vorstellung, äh, äh, auf der Straße leben zu müssen, ja. Aber okay, ja, was soll ich machen, ja. Äh, man will das wohl so, ja. Und dann kann ich das nie verhindern, ja. Ja, da muss ich das eben so annehmen, wie es kommt, ja. Ja, okay, wünsche ich euch einen schönen Tag, ne. Haha, so geil, wie ich so was liebe, die Dumme lässt es mal, ja. Hahaha, geil. Ja, mal sehen, ne. Bittchen weitergehen. Geil.